Das letzte Türchen am Adventskalender für das neue Jahr. Diesmal keine Glücksbotschaft, sondern Glücksperlen. Fische, Jahreshoroskop 2021 In diesem Jahr bleiben sie auf der gleichen Spur wie im Vorjahr. Doch dank Neptun in ihrem Zeichen ist es ihre Intuition, die sie leitet und die die endgültige Entscheidung trifft. Löffel, schau mal. Oh, ich mess mich jetzt weg. Bye, bye.